Koeffizienz ist das Motto des Deutschen Handelskongresses 2024. Kooperativ, effizient, nachhaltig und verantwortungsbewusst handeln, das ist die Leitlinie für unseren Kongress mit tollen Referenten aus der Wirtschaft und aus der Spitzenpolitik. Seien Sie dabei am 13. und 14. November, melden Sie sich an, wenn Sie es noch nicht getan haben.